Hallo ihr werdet gucken und euch herzlich willkommen auf unserem OST-Kanal und zurück zu einem kleinen Nothing-Gamer-König-Fun-Times, that's the beginning. Warten wir uns nur noch, ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die hier gar nicht machbar zu sehen wären. Vielen lieben Dank dafür! So, schauen wir mal. Hallo, ich bin ein Funtimes Pizza World, Artificial Intelligent Robot, das will help you on your first night. My name is Daniel. Welcome to Funtimes Pizza World. You will be working as a security guard that will keep watch on the location until 6 a.m. There are animatronics that will be roaming around the location to test their roaming mode for during the day. But they may try to enter your office so please close the security door if they get close to your office. One of the animatronics will attempt to enter through a vent so please close the vent door if they do. And also please check cam 8 from time to time to restore the breaker room's power level to 100%. If it reaches 0% then it will trigger a power outage that could put you in danger. You also have a task after your night shift so please head outside to the office once it is 6 a.m. and then I can talk to you. Good luck on your first night shift. Erinnert mich sehr an, an die, an die Henwells Spiele. Ah, was von jemand anderem. Gucken wir mal, den Breaker room ist immer hier auch. Hop��고pe. So einen Sayung брат. Eeeh, eeeh, kein Quiekquiek. Erinnert mich aber wirklich sehr. Ja, von den Figürchen her. Äh, abchecken hier. Oh, da kommt schon mal einer. High five. Energie geht schnell runter. So Licht oder so haben wir natürlich nicht. No light. Äh, ne, ne. Also meine Maus ist... Meine Maus spinnt sich total hinüber. Wenn ich auf die linke Tasse drücke, dann drückt es manchmal zweimal von oben aus. Also ganz merkwürdig. 2am. Ich glaube, das ist die Fullversion, da werde ich auf jeden Fall noch einen weiteren Part spielen. Weißt du, dieses, dieses... Dieser Stil... ...Style... ...gefällt mir eh. Ich komme. Er kommt. Gegen die Seite. Nein, ich möchte hier hin. Diese scheiß Mause. Ja. Aber wer kann sich schon eine neue Maus leisten. Ich nicht. Dafür habe ich nicht gehen. Oh, tja schon. Er kommt doch nicht. Aber ich muss schön hier auf die... Schau mal so. Ich weiß nicht. Er schmeckt. Ich denke mal erst weg. Ich hups voll. Ob er es ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das macht Spaß. Das macht Spaß. Solche Fluff Games gefallen mir. Da bin ich nicht abgeneigt dazu. Äh, dagegen. Bin ich nicht abgeneigt. Das trifft dann vielleicht ja meinen Geschmack. Nicht allzu... ...viel zu tun. Zu kompliziert. Und... Von... Von der Grafik her. Man sieht alles. Es ist hell. Schön gemacht. Schöne Alibatronics. Ich sehe ihn aber noch nicht. Ich sehe ihn noch nicht. Ihr seht ihn, Leute. Er... Er... Er sieht schon lustig aus. Bezwarten mal, bis er kommt, ne? Er ist noch nicht da. All right. Ein bisschen warten. Gucken. All right. Äh... Zumindest mal ist er noch... Unterloch. Was gut ist. Es ist gleich in der ersten Nacht ein bisschen was los. Oder... Für mich schon... ...genügend los. Und nicht so... Man wartet und wartet. Und die Zeit geht nicht um. Das ist perfekt. Also wirklich schön gemacht. Ich krieg ein Däumchen nach oben. Good job, Bro. Ich war wieder ein bisschen nervös, ne? Aber nur ein little bit. Ein little bit nervös. Also, man... Er schreckt. Er ist noch nicht. 2pm. Jetzt doch so ein Gimmick irgendwo. Aber... Es gibt keins. Kein... Das macht mich ein bisschen trau. Ich hoffe, ich gehe jetzt allen gut, ne? Alle gesund und gut, wenn man das schön sagt. Es ist immer die Hauptstadt der heutigen Zeit. Dass es allen gut geht. Ich gehe mal gerade aus. Ich gehe mal gerade aus. Rechts. Great job. Now head to Jason's stage and I will tell you the instructions on what you have to do on your night shift task. Wow. Before we start, please press the button on Jason's left neck to deactivate the animatronic. Left neck? Und der left neck? Hä? Ich weiß nicht wo. Und der left neck? Das linke Genick heißt doch, oder? Hä? Was? Äh... What? Äh... Ich drücke jetzt wiederweil überall drauf. I don't know... Leute, ich habe jetzt alles angeklickt. Hä? Hä? What? Ich weiß nicht wo. Great. On the day before your night shift started, Jason has been malfunctioning and his face plates were out of place. His voice box was also malfunctioning so he had to be deactivated before your night shift. In order to fix him we have to open the face plates, press his left cheek to open the face plates. Trees. Trees. Left cheek. Trees. 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 Toy. Trees. 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 und man kann aber auch die 500 Freunde hinunter und dann kommt die Flas und dann kommt die Flas wieder auf dem Flas so ist es auch der nächste Mal wir sagen zu den Videos und ich will sagen, ich will mal sehen. Okay, mein Freund.